und seid damit wieder ganz ganz recht herzlich willkommen zu einer neuen folge von anno 1602 meine lieben so ja es kommen wir es kommen musste wir haben leider unsere zwei schiffe verloren durch einen blöden dummen mit mich schick aber gut nichtsdestotrotz wir lassen uns nicht unterkriegen wir reparieren jetzt die gelinde und werden reparieren und denn gehen wir weiter so erst einmal erst einmal jetzt holz holen holz nein nein warum haben wir meine kanonentümer vorhin nicht gefeuert den verkauf von holz stoppen wir erst einmal genau anker lichten so okay der weißen mädchen schick meiner seite aus piraten geachtet piraten die kasse die peste der scheiße naja gut 724 bürger haben wir baumaterialien stoppen wir erst einmal anker lichten ich bin noch schnell überlegen ob ich die webereien die webstube durch die berein ersetze die sind zwar teurer aber die arbeit und die jetzt hier abreißen dann dürften wir eigentlich so weit abdecken ein schiff wurde repariert in die wandte kleine kriegstube an holz 32 tonnen brauchen war ok sieh 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 diese sieh sieh Da ist die kleine Misty-Board. Und Blase, die krieg ich noch. So, jetzt werden wir erst einmal auf Holz gehen. So, wir sind jetzt 22 Tonnen. Was haben wir jetzt da? 35 Tonnen? Ah, komm. Oh. Das kleine Kriegschiff auf. Oh. In die Wanden. Und liefer mal hier jetzt ab das Erd. Setz die Vorsäge. Oh, 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 oh. 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 Untertitelung. BR 2018 Eure Flotte ist um ein stolzes Schiff reicher. Ich habe sie gleich bewaffnung. So, jetzt werden wir erst einmal Holz. Holz dran Karren. So, jetzt werden wir erst einmal. So. Setzt die Vorsäge. Sieht sehr schlecht aus mit Stoppen. Oh, boy. So. 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 Das war's für heute. Obwohl, Stoffe erholen sich langsam wieder. Ankerlichten! Wollen wir hier noch mehr in der Stoffe abziehen? Ja? Setz die Vorsäge! Also die Holzwirtschaft will nicht so richtig im Gang kommen. Freibeute lauern euch auf! So, ich muss jetzt umgesehen, dass ich jetzt noch eine Handelschrift gebaut kriege. Dass wir den Kakao jetzt holen. Von dem weißen Spieler. Ich meine, es ist nicht so einfach, ey. Da kommt immer was dazwischen, ey. Verdammt. Stoffe brauche ich auch. Schiffe brauche ich auch. Schiffsreparatur beendet. So, dann bauen wir jetzt noch ein Schiff auf. So, dann bauen wir jetzt noch ein Schiff auf. So, dann werden wir jetzt noch ein Schiff auf. Ich bin jetzt direkt in Pirate-Aim. Die Pest bricht auch wieder aus für uns, aber Onkel-Dock haben wir ja. Feuerwehr können wir eigentlich abweisen. Hey, hey, Captain! Oh, oh. Hey, hey, Captain! Ankerlichten! Wait. Oh, oh, oh. Hey, hey, Captain! Setz die Vorsäge! In die Wanten! So, komm mal her. Bauen wir erstmal bitte hier runter und hol mal den Kakao. Scheiße, Rot ist auch da. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. In die Wanten! Okay. Oh, oh, oh. Du holst jetzt mal von hier und wartet Sätze hier mal. Setzt die Vorsäge! Ankerlichten! Setzt die Vorsäge! Setzt die Vorsäge! So, haben wir Kakao. Das ist sehr wichtig. Stoffe sehen gut aus, Alkohol sieht auch noch relativ gut aus. Kakao haben wir. Jetzt müssen wir nur noch auf diese 1,5 kommen. Komm. In die Wunden! Dann geht's noch auf die 2,5 kommen! Dann wollen wir noch auf die 1,5 kommen! Dann werden wir noch auf die 1,5 kommen! das volk bekommt kein baumaterial und da ist mir die frage rum sich gerade mal ich würde jetzt wieder abspeichern gesichert und ich bedanke mich fürs zusehen und wir sehen uns bei der nächsten folge wieder also bis der denn und tschüss rennen wir lieben